Ja, eingefroren. Nee, siehst du nicht. Glaube nicht. Komm, setz dich nochmal drauf und dann mit Schwung und dann, wenn ich geh, zieh ich dich zurück. Ja, der klemmt. Okay, setz dich nicht mehr drauf. Mach mal einen Gang rein. Ist drinne. Mach mal raus. Nee, jetzt ist er raus. Zweiter Gang. Und drücken, runterdrücken. Jetzt. Ich würde sagen, wir drehen. Nichts, dass wir wieder reinschieben müssen. Schönes Warme stellen. Also, wir fahren jetzt mal zurück. Martin und so muss ja aufkommen. Dann kümmern wir uns um Abendbrot, dann trinken wir was und dann konzentrieren wir uns auf Nachtwahl. Ja. Und nicht, dass du nachher sagst, du hast keine Lust mehr, ne? Dann suchen wir was hier, wenn ich besoffen bin. Was? Ich muss bloß die Finger vorne richtig machen, dann sind die auch warm. Bei mir setzt ab und zu das Licht aus, neben dem Kabelbruch. Bei mir setzt ab und zu das Hirn aus. Dann hast du dir gesoffen. Wir sind ein Schuhmacher. Oh, wir sind ein Schuhmacher. Geht mal da Stammkasten, das wir runter. Dann bin ich, jetzt raus. In der Schuhmacher ist das glücklich? Es geht aber auch nicht. Dann lässt du keine Lust. Nein, weiter geht's jetzt. Ja, weiter geht's. Prrr, 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 Prrr Prrr, Prrr, Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020